Man kann der KI seine Beschwerden schildern und sie stellt daraufhin eine Diagnose. Ich habe jetzt mal einen echten Fall mitgebracht und wir gucken mal, findet die künstliche Intelligenz das raus? Ich habe schon lange ein Kribbeln in den Fingern, Schmerzen in den Fingern, Taubheitsgefühle und jetzt habe ich auch noch ein Heiserkeitsgefühl. Es tut mir leid, dass Sie diese Symptome erleben. Eine mögliche Ursache für Ihre Beschwerden ist Amyloidose. Amyloidose ist eine Krankheit, bei der schädliche Proteinablagerungen Organe beeinträchtigen. Jetzt bin ich aber echt baff. Im echten Leben war der Patient jahrelang zu zig Ärzten gerannt, bis endlich jemand auf die richtige Diagnose kam. Tatsächlich ist Dr. Computer bei einer systematischen Symptomabfrage heute schon oft dem Menschen überlegen. Die Zukunft der Medizin, ein echt cooles Thema. Ab jetzt in der ARD Audiothek als Podcast und natürlich in der Mediathek als Doku. Ab jetzt in der ARD Audiothekos cănage, bis Ellie BRa.